In diesem Kampf geht's um alles. Danach gibt's keine Diskussion mehr, wer die Firma Nummer 1 ist. Dann los, Container! Ihr verdammten Leeds-Ausschrecker! Wir sind eine kriegerische Nation. Das haben die Männer in diesem Land so an sich. Wir sind zum Kämpfen geboren. Blinde Zerstörungswut bei Angriff von West Ham Hooligans auf Leeds Park. Blinde Zerstörungswut, das haben wir wochenlang geplant. Bis dann. Was soll das? So lange ich's noch kann. Was, Leute? Hey! Lass es. Das haben wir letzte Saison gesehen. Wenn einer von uns untergeht, dann gehen wir verdammt nochmal alle unter. Scheiße! Lass uns einen trinken! Sie sind ja total durchgeknallt! Diese Herren hier sind alle Mitglied einer der gewalttätigsten Hooligan-Gangs des Landes. Es sind die Hooligans, die den Fußball kaputt machen. Hab dich nicht großgezogen, damit du ein Hooligan wirst. Meine Mutter war eine 50-jährige Weiße, als sie mich aufgenommen hat. Hey, Bimbo, willst du dich mal sehen? Los, Camp! Los, Camp! Schlag ihn zusammen! Der ist kein Nigger, sondern West Ham. Was ist denn? 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 Ich kann mich nicht mit dir einlassen, wenn du weiterhin jedes Wochenende durch die Gegend ziehst und dich prügelst. Ich liebe dich, aber ich will für meine Kinder keinen Vater haben, der nie da ist. Du musst aufhören damit! Nach einer wahren Geschichte. Kass Kass Untertitelung des ZDF für funk, 2017